Dieser Plattenwagen lässt sich zweiseitig mit Glasscheiben oder Holzplatten beladen und sicher transportieren. Seine robuste Profi-Qualität aus geschweißtem Profilstahl und Stahlrohr bietet 1200 Kilogramm Tragkraft. Die gummierten Winkel sorgen für den sanften und schadenfreien Transport der angelegten Güter. Zwei Radfeststeller sorgen für den sicheren Stand am Einsatzort. Die zwei Lenk- und Bockräder sind mit Vollgummi-Elastikbereifung ausgestattet. Sie zeichnen sich durch geringen Anfahrwiderstand, großen Rollkomfort und hohe Verschleißfestigkeit aus. Das ist der ideale Plattenwagen für eine noch effektivere Logistikkette und Lagerung. Er wird Ihnen mit fünf Jahren Garantie geliefert.